2001 wurde die Kopitzki und Moritz OG in einer der schönsten Gegenden Österreichs gegründet. Das Unternehmensziel war und ist bis heute die Erzeugung chemischer Produkte und Hygienekonzepte. Was liegt also näher, als nur solche Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Entstehung gefährlicher Substanzen reduzieren oder am besten gleich ganz vermeiden? Das ist für KOMO essentielle Aufgabe in der Gegenwart und Zukunft. Unsere Hygienerezepte ersetzen gefährliche Geschirrspül- und Bratfettreiniger und ermöglichen ressourcenschonende Verfahren und Dienstleistungen in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Mit unserer neuen, die umweltentlastende Reinigergeneration G55 Plus unterstützen wir auch das Umweltbemühen der Transportunternehmen, die viel Geld in Luftreinhaltung und in sichere, gefahrgutfreie Transporte investieren. Die vielfach in unserer Nähe befindlichen gefährlichen Chemikalien erfordern besondere Schutzmaßnahmen. Von welchen Motiven lassen sich Menschen leiten, wenn sie sich für oder gegen gesundheitsgerechtes Handeln entscheiden? Wir von KOMO bevorzugen schon als Selbstschutz die Verwendung nicht ätzender Chemikalien, sind überzeugt von deren Wirkung und bestärken unsere Kunden bei der Realisierung sicherer umweltfreundlicher Hygienekonzepte. Die Aufgabe der Köche ist nicht nur geschmackvoll und schön angerichtete Speisen zu servieren, es müssen auch die gesetzlichen Maßnahmen gegen den Verderb von Lebensmitteln umgesetzt und dokumentiert werden. Bestens auf Hygiene geschultes Personal verfügt über computergestützte Werkzeuge wie die EasyHA-CCP-Software, die auf einfachste Weise die Einhaltung geltender Hygienevorschriften ermöglicht. Neugierde und genaues Hinsehen erschließen neue Blickwinkel und führen zu der Frage, wie man Umweltschutz besser gewährleisten kann. Speziell unsere Kundennähe, basierend auf gegenseitigem Vertrauen, erlaubt uns Einblick in das Tagesgeschäft. So entstehen neue Produktideen und Verbesserungswünsche, die unser Bemühen, unsere Motivation ankurbeln. Chemie ist eine große Verantwortung und bedarf genauer Kenntnisse der Regeln und Gesetze. Die Realisierung einer Idee beginnt mit internen Gesprächen und Experimenten. Dank unserer Netzwerke können wir bestes Qualitäts- und Ressourcenmanagement betreiben. In Lizenzproduktion werden unsere Produktrezepturen in höchster Qualität in unsere Gebinde gefüllt. Wir nutzen die Ressourcen modernster Misch- und Abfüllanlagen mit bester Sicherheitseinrichtung. Die Reinheit der Rohstoffe und die Qualität des Herstellungsprozesses sind dabei jederzeit nachvollziehbar. Jeder Einzelne hat Vorbildwirkung. Es geht um Redlichkeit, um das tägliche Bemühen, die Folgen falscher Verhaltensroutinen zu erkennen und umweltbewusst zu gestalten. Wir von KOMO engagieren uns für die Umwelt und kennen die Verantwortung für Mensch und Natur, ungefährliche, aber wirksame Produkte und Dienstleistungen für beste Küchen- und Lebensmittelhygiene zur Verfügung zu stellen. Wir machen es Ihnen leichter. Alle Vorteile liegen bei Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.